Damit zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner nach Moskau. Guten Morgen Christoph, welche Informationen hast du denn über dieses angeblich abgehörte Telefonat der Bundeswehr? Also gestern tauchte da erst eine Nachricht auf über die russischen Telegram-Kanäle, gerade auch über die Kriegsblogger, dass Margarita Semanian, die Chefredakteurin des Staatssenders Russia Today RT, in den Besitz gekommen sei eines Gesprächs, einer Telefonkonferenz hoher Bundeswehroffiziere. Da waren wohl vier Männer dabei bei dieser Telefonkonferenz. Der Luftwaffenchef Ingo Gerhardt und ein weiterer General und weitere Offiziere. Und bei diesem Gespräch wurde darüber diskutiert, wie denn ein Taurus-Einsatz aussehen könnte, wie man diesen Taurus an ukrainische oder amerikanische Flugzeuge befestigt, also als Trägersysteme benutzt, wie man eventuell auch die Ukraine unterstützen kann bei der Missionsplanung, wie viele Taurus man überhaupt zur Verfügung stellen könnte und welche Ziele denn überhaupt innerhalb welcher Zeit in Frage kommen könnten. Wie zum Beispiel Munitionsdepots und da war wohl auch die Rede von der Kerchbrücke. Explizit wurde sie in diesem Gespräch nicht genannt, aber da ging es dann darum, um eine Brücke. Und da muss man natürlich gleich an die Krimbrücke denken, das heißt an die Brücke, die das russische Festland mit der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim verbindet. Warum weiß ich das jetzt alles im Detail? Weil dann auch diese Telefonkonferenz ins Netz gestellt wurde. Und es sieht wohl so aus, dass diese Aufnahmen nicht gefälscht sind, dass das kein Fake ist mit künstlicher Intelligenz, sondern dass das ein geleaktes Gespräch ist. Vielleicht ist es den russischen Geheimdiensten gelungen, einen Mitschnitt zu machen. Es steht auch der Verdacht im Raum, dass die deutschen Offiziere da eine Leitung genutzt haben, die nicht abhörsicher ist, aber das sind nur Verdacht, Verdächtigungen. Ob dem tatsächlich so ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Und die Reaktion ist natürlich hier in Russland, wie sollte es auch anders sein, heftig. Der Außenminister hat sich geäußert, Sergej Lavrov, und der war noch relativ zurückhaltend. Der hat nur gesagt, ja, es ist ja klar, wir wissen das ja schon lange, dass NATO-Soldaten in der Ukraine tätig sind, häufig getarnt, sagt er, als Freiwillige oder als Söldner oder in Zivil. Und jetzt dieses Gespräch der deutschen Offiziere über mögliche Ziele, die der Taurus erfassen könnte, da haben sie sich jetzt wieder einmal schwer diskreditiert, die NATO-Länder, so der russische Außenminister. Also eine gemäßigte Reaktion. Aber dann kam wieder Dmitri Medvedev, der ehemalige russische Präsident und heutige Vize-Chef des russischen Sicherheitsrates. Und er hat wieder in seiner bekannten Manier losgelegt und hat dann davon gesprochen, dass also die Deutschen heute wieder zu den Erzfeinden werden. Und dann hat er hinten bei seinem Statement, das er über Telegram veröffentlicht hat, auch noch geschrieben, Tod den faschistischen deutschen Besatzern. Also genau dieser Spruch, den es immer wieder gab während des Zweiten Weltkrieges, als man die Deutschen ja hier als deutsche faschistische Besatzer bezeichnet hat. Das kommt jetzt wieder. Und das Ganze ist natürlich Wasser auf die Mühlen der russischen Propaganda, wo es ja immer heißt, wir kämpfen gar nicht gegen die Ukrainer, sondern gegen den kollektiven Westen, der die Ukrainer dazu benutzt, um uns zu zerstören. Also mit den Worten von Putin, der Westen kämpft gegen Russland bis zum letzten Ukrainer. Und diese Mitschnitte werden natürlich jetzt herangeholt als Beweis dafür, dass das Kreml-Narrativ eben keine Erfindung ist. Und so sieht das jetzt aus, eine äußerst ungute Stimmung hier in Russland. Christoph, danke für all diese aktuellen Informationen aus Moskau.